Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit einem kleinen Bau-Team habe ich für die Pokémon-Wab von Digital Minecraft eine Eisroute in die Stadt Blitzach gebaut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Speed Build. Ich wünsche euch viel Spaß beim Speed Build. Ich wünsche euch viel Spaß beim Speed. Ich wünsche euch viel Spaß beim Speed Build. 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 So, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Von mir ein persönliches Dankeschön an alle, die mitgebracht haben. Schaut bei denen gerne vorbei. Schaut auch gerne bei T-Chu Minecrafts vorbei. Denn bei ihm werdet ihr sehen, was er alles draus macht. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, ciao!